Lokal, emotional, genial. Reportagen und Stories, die tiefer gehen. Diese Woche im Stadtblatt. Das Integrationszentrum Salzburg feiert im April seinen dritten Geburtstag. Im Stadtblatt-Chefinnengespräch erzählt Leiterin Julia Graffer über Schwerpunkte, den Umgang mit Flüchtlingen und warum es manchmal Österreicher sind, die ihr mehr Sorgen machen. Stadtblatt Salzburg. Einfach näher dran.